14.10 Uhr Stau am Herrenklo 14.10 Uhr Stau am Herrenklo 14.10 Uhr Stau am Herrenklo 15.10 Uhr Stau am Herrenklo Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja! Vielen Dank. Ja! 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 In der 41. Spielminute. Und der Tor-Schütze präsentiert von Oliver Harpitz, der Spieler mit der Nummer 5, Maxi! 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 Das ist ein starkes eigenes Zoll! Humberto 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 Oh, Mann! Ja, das ist eine Maschine. Ja, das ist eine Maschine. Ja! 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 Jedenne Zettel. Ihr Cont kam war 19. Jeg ist er, ja! Ihr ist er. Ihr ist er. BAN1 Wir sind! Wir sind! Die 82. Spielminute. Der Tor-Schütze trifft vor dem Elfmeterpunkt, das ist jetzt vom Modell Bad A-Pits, die neuen Mavi! 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 7525 Zuschauer! Danke an euch alle! 7525 Zuschauer! Applaus Applaus